hallo und herzlich willkommen jetzt zurück zum let's play von der ist ja wir sind ja hier in der scheune und ich glaube ich sollte nicht so rumlaufen ich weiß nicht was durch den unterbruch alles sich hier verändert hat ehrlich gesagt auch gar nicht alles wissen was ich weiß ich nehme erstmal meine spitzhack wieder nach vorne schleichen hier durch die sache gekommen haben wir hier sie sind ja dose das hat ihn büchse bacon tactical bacon ja ich kann das zeug nicht aufmachen auch dringend was zu essen das zeug ist schon orange drüben ist dann was da gehe ich danach gucken haben wir hier green t-shirt ich ging das tauschen kann ich einfach so anziehen das ist scheiße tut mir leid wenn es zum teil ein bisschen leckt warum läuft jetzt der stravina so schnell soll ich eigentlich schleichen gebückt laufen und nicht so sagt ich schon gehört er eine halbe krise bekomme sie haben nicht geil so kommt ne bück dich sind schon gebückt ein bisschen angst raus zu laufen aber hier irgendwo wartet sich ein zombie aufbringen hier fetten hier ist jetzt noch immer irgendwo einer gewartet und sind dann kaputt gehauen vorne ist ein haus kann meiner auch ohne zu rennen ich habe ein bisschen angst dass da was auf mich wartet einer könnte ich bashen das würde funktionieren mehrere nicht ich hoffe auch dass nicht so weit kommt wie kein motorrad zu essen ein bisschen taktisch schlau verhalten hat er aber momentan gerade kein bock irgendwie ja da war jetzt scheiße die tür ist auch nicht gerade besser und da kann ich gar nichts machen ein charakter soll sich wohl nicht so schnell bewegen ja genau wir trampeln mal das gras nieder ich hoffe bis zum haus zum schleichen ohne dass mich da hier in die man sieht ist ja irgendwann ein zombie ne ich glaube nicht dann schleiche ich mal taktisch da hin ich hoffe auch das funktioniert ja ja wer geil wenn es auf dann gleich an die füße von zornzombie das habe ich noch kein gesehen hier schon mal nicht schlecht ich habe immer noch angst ist wenn ich da hier fällt mir nicht aufstehe steht da hier irgendwo ein scheiß zombie hier auf die knie auf die knie habe ich gesagt liebe kinder ich nehme mich nicht das heißt ich habe gute karten hier wieder ein bisschen besser zu werden guck mal hier hinten ist ja was hier in watnita das nennt sich bandana die sind ne bandana ne mütze das ist doch keine mütze die sind auch roten ne roten bannern ne ich mal an hier haben ne roten bannern gibt ich hier nicht zu fressen schacklin da gott die wieder ist damaged kommen die dose bier weg dann geht es das hier gehen wir mal hier hoch jetzt weiß doch gutes zeug irgendwie gerade nicht nö gerade gar nicht kann ich den schrank öffnen ne kann ich nicht die tür kann ich öffnen die tür scheiße was hinterblick verbirgt sich hinter dieser tür ein buch und hier geht es dann wieder zum ausgang gehen wir doch gleich direkt zum nachbars haus vorbeigucken hat der ein hintereingang zeiteneingang ja ein zeiteneingang hat er schnell bevor mich irgendwas sieht das sieht ebenfalls das sieht nur noch eine scheiß mütze aus die will auch keine haben wie so eine scheiß mütze so okay küche küche essen essen wird da eine farbe carcoultops ach nee das ist für das wasser als ich nicht krank werde da wäre da wäre nicht schlecht komm trink mal eine soda ich will mich glaube ich selber verarschen ich hatte auch noch einen apfel dabei und is ihn nicht kannst du jetzt essen ich fühle sich hungrig ja das fühle sich hungrig aber jetzt hast du was gegessen jetzt soll es wieder gut sein langsam du und deine scheiß ansprache ich hab hunger ich will nach hause mama schlägt mich so scheiß angst ist ich hier irgendeinem verflickten zombie einfach in die hände lauf wird früher oder später wieder passieren das weiß ich ich rede aus erfahrungen die die mir zugucken wir sind das schon etwas länger kann ich hier durch wunderbar ich habe jetzt reingespucht schnell das alles mehr als nicht der zombies verseuchte welt und die leute haben alle da eingepackt oder was war schon ne dann haben sie wohl alle überlebt ne da muss ich hier nicht mit zombies rechnen wer alles so schön verpackt ist wenn die alles mitgenommen haben Respekt meine lieben leute Respekt hier gibt es ebenfalls irgendwie gar nix in den großen in den großen häusern ist immer am meisten was los meistens war drin da sind auch immer die meisten zombies normalerweise in dem moment gerade gar nicht in dem moment gibt es hier auch gar nichts zu holen irgendwie wir haben wirklich alle überlebt und außer ne gemütze oder so nix verloren ne nix vergessen alles mitgepackt tolle sache für die scheiße für mich wo erstmal ja rüber hat niemand gesehen ist ja auch niemand da hallo soll ich äußern dat ist viel versprechen oh guck mal ein kleiner Kinderrucksack eine Schuhe haben wir hier Big Bot 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 das ist nass bei mir soll ich support for longer rangers ach das sind Stützbeine sag doch doch schreibt doch das gleich so hin Stützbeine heißen die die sind zum kacken so, was haben wir hier na, wenn dat nicht ne schöne orange ist hm hm warte warte eine kappe dann hat er wat dann hat er wat zu trinken go Cola ist ja auch noch durstig trink trink die Cola gleich weg dann ist der Durst auch schon gelöscht ne wie wir nicht so dann trinken wir noch wat beim nächsten mal gibt's Bier er hat dann schon der Feiertag für den er kann auch mal die Opferte anstoßen ja ähm der hat Durst mehr gibt's vom Tank gerade für dich nicht kleiner ist noch hoch kann ich da hoch ne, nein da läuft nicht nur immer ne untere Tür war da wat die ich hatte nicht das Gefühl da war wat mach mir Angst ich bin auf jeden Fall noch im Schlafzimmer das ist wieder schon gut nee ich dachte jetzt schon wenn er schon ein Tomate ist er nicht ich, ich, ich riskier's jetzt mal und geh mal hier rüber in den hinter in das Hinterhaus in meinen neuen kleinen Schulrucksack wenn ich irgendwie ne Medizin hätte könnte ich das das Rottenzeug fressen hab ich aber nicht und der Kerl hat immer noch Durst komm trinkst halt nochmal ne Soda aber jetzt muss ich dann aufhören ne der hat einfach Durst der, der will und will nicht aufhören zu trinken ein kleiner Trinkbolltier momentan schaut's noch sehr, sehr gut aus ich seh noch nicht ansatzweise ein Zombie und da hinten ist ein großes Gebäude das immer viel Versprechen geben hier war ich schon vom Müll hier war ich noch nicht so, ich hab die Tür geöffnet die Tür ist wieder zu aber die Zombies können ja nicht durch die Tür laufen ich kenne mal das ja auch schon dass die immer so schön putzen müssen bevor die irgendwie abhauen bin ich ein bisschen zum Kotzen geile Hintertür sind einfach immer noch kein Zombie und diese Axt ist glaube ich ein bisschen besser als diese Pickaxe da wechseln wir gleich aus und die legen wir da in die zweite Liste und jetzt wir müssen die Axt nach vorne so ein Schraubenschlüssel man weiß nie wann man Schraubenschlüssel gebrauchen kann nehmen wir mit das klang doch nach Zombie ich höre geknistert und geknackt so das mag ich nicht ich wurde schon einmal umführt hat mir nicht so gefallen nee da kann ich weniger Plätze will ich doch nicht nee ich will doch keine Laufschuhe ich hab da gute hat er noch was oh Munition 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 muss man natürlich immer dabei mitnehmen weil wie ihr euch denken könnt ist Munition sehr sehr wichtig und wo Munition ist sind meist auch Gewehre versteckt man könnte ihr Glück haben ein Gewehr finden bevor ich diese Folge beende möchte ich aber dann das Großhaus kommen die Großhäuser sind immer ähm sehr vielversprechend wenn sie Tor vordragen haben macht sie mir mehr Angst weil das könnte ein Zeichen darauf sein dass hier Zombies auch eingesperrt wurden schon wieder eine Dose zum öffnen ah jetzt kann ich das öffnen guck mal kannst alles essen da bist du nicht mal hungrig und dann kriegst du noch ein Bierchen hinterher und dann ist der Hunger auch gegessen und komm komm mal ist alles Spaghetti ist super vor allem einfach ohne watt ja es ist einfach kein Spaghetti essen ne welch der Meer hat hat er doch wunderbar es ist ja nur noch hungrig kommen dann ist das ein kleiner exakt hier kleine japanese hier aber oft gemacht wenn ich noch mal schärfe ich mit diesem projekt wahrscheinlich auf die mütze das sieht aber sehr gesund aus hier ein verrotteter apfel wunderbar mein größter wunsch ich glaube wir lassen die folge jetzt hier ein bisschen kürzer und wenn wir schon mal hier gerade so schön in einem riesen haus sind wo ich nicht mal einloggen vielleicht ein bisschen glück haben kann ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen abend und tag noch und bis denne